Und da sind wir wieder. Nicht wundern, wenn das bei mir zwischendurch so macht, aber ich habe einfach nur das Problem, dass ich meinen Hotkey auf STRG F12 gelegt habe. Ne, Lukas? Äh, schlechte Nachrichten. Was denn? Die Tür ist durch. Welche Tür ist durch? Ich stehe jetzt im direkten Kontakt zum Feind. Oh nein. Was redest du? Die Tür hier unten. Die Zombies haben sie kaputt gehauen. Dann hau die Zombies kaputt und baue eine neue Tür dahin. Der Rennen anfangen. Ich dachte gerade, schlechte Nachrichten. Scheiße, was denn jetzt los? Muss der jetzt wieder irgendwo weg oder so, weißt du? Das sowieso. Ja, oder sowas. Da hatte ich wirklich Angst gerade, weißt du? Können wir nochmal neu starten? Nein. Und die Zeit rennt. Ja. Die Gäste warten auf unser Hotel. Ja, genau. Da sind mindestens 25 Leute, die hier einziehen wollen. Versprechig. Ist das so? Versprechig. Und du bist Nummer 1, Leon. Ja. Ja. Aber jetzt hab keine Hoffnung, dass wir dir deshalb nur Statue oder so hinstellen, ne? Mann. Und der Lukas ist schon wieder so leise. Lukas. Süßer. Put, 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 put. Ah. Ah. Cool. Der kommt gleich bestimmt wieder. Ich will es für ihn hoffen. Mein Internet war weg. Äh. Problem ist, ich kann die Aufnahme jetzt nicht stoppen. Ich hoffe, er kommt dann jetzt gleich wieder drauf. Wo bist du denn gerade? Holzbaden. Neben dir. Okay. Ja, ich hab jetzt keine Ressourcen mehr zum Weiterbauen. Ja, komm her. Nee, ich brauch keinen Holz, ich brauch Stein. Hier. Hast du richtige Stein? Ja. Äh. Äh, das war Pflasterstein. Nein, ich geh mal kurz gucken. Oder willst du gehen? Ja, ich geh eben schon. Okay. Okay, ich glaub, das reicht jetzt mit den Setzlingen, oder? Ja, das reicht. Du brauchst die dann auch nicht mehr abholzen, kannst die wachsen lassen. Mach mal hier diese fliegenden... ...blätter weg. ...bevor da was Neues wächst. Hehe. Äh, ich krieg grad ne Steam-Nachricht, die kann ich aber nicht nachschauen. Ist blöd, ne? Ich wette, das war Lukas. Ja, apropos Steam, ich hab dich noch gar nicht in Steam. Ja, das stimmt wohl. Boah, alle Öfen brennen hier. Ja, hm, da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ja. Aber hab ich nicht theoretisch auf meinem Tablet Steam? Ich bin doch geladen, oder nicht? Hab ich nicht, schade. Ja, ich muss jetzt eh kurz warten, bis hier, äh, das scheiß Stein fertig ist, ne? Ja, ey, ich mach dir mal kurz ne kleine Kiste, damit du dir dein Holz rausnehmen kannst, okay? Ja, genau, bau mal ne Kiste und stell mal da hin, das ist gut. Vielleicht müssen wir dann noch normales Holz fahren gehen. Ah, jetzt schreibt er mich an. Steam. Yo. Was hat er geschrieben? Yo. Ja, super. Ganz toll. Und der soll wieder hier hinkommen, was ist los mit dem? So, ihr habt alle seinen Namen gelesen, edit in. Bei mir sieht niemand irgendwas außer das Spiel. Ja, ich hab's leider. Ah, da ist er doch schon wieder. So. Und warum ist er nicht bei mir im TS? Oder warum ist er noch nicht im TS? Können wir gleich erfahren, wenn er kommt. Oder ist er im TS? Kannst du gucken? Hm. Ich hab halt das Problem. Könnte ich, aber dann sieht man das im Video. Okay, bei mir, ich hab das Problem, ich kann, wenn ich jetzt rausgehe aus dem Spiel, ist mein Bildschirm schwarz und dann muss ich den nochmal aktivieren, wenn ich wieder im Game bin. Aber ich glaub genau... Ich denk, der kommt einfach mal, oder? Komm. Hat mal geschrieben. Der ist im TS und kann sich nicht hochmoven, glaub ich. Ach so. Ähm, ich weiß auch nicht das Passwort vom Admin-Ding. Also muss ich ganz kurz austappen. Tut mir leid, dass jetzt alles schwarz ist, aber geht nicht anders. Währenddich, Alter. Und... Da ist er auch schon wieder. Ja. Bro. Schon die ganze Zeit da unten. Ja, du bist aber das Schuld, dass jetzt bei mir schwarzes Bild im Moment ist. Echt? Ja, du bist das Schuld. Ey, aber... Jetzt seh ich mein Aufnahmefenster nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das geht einfach mal weiter. Wenn nicht, haben wir Pech. Lukas, wenigstens gibt es eine gute Sache. Man hat jetzt gelesen, wie du mir in Steam Yo geschrieben hast. Ach, hat man das gelesen? Ja. Hä? Gehst du mich auf Auflage zu? Das nimmt Pech aber nicht mit ein. So, echt nicht? Sonst hat es immer bei mir mit aufgenommen. Eigentlich müsste es das nicht. Kommt drauf an, spielst du Minecraft im Fenster oder im Vollbildmodus? Fenster. Spielt aber eigentlich da keine Rolle. Also bei mir, ich hab auch immer im Fenster aufgenommen und da hat man das auch nicht gesehen, auch wenn ich im TS zwischendurch war und so. Ach so, ja, werden wir dann. Ja, das sieht man dann. Wieso? Ist das schlimm? Nein. So. Nur damit du Bescheid weißt, falls ich ja... So, mindestens 2.586.000. Und 27.000 hab ich vergessen. Ja. Tut mir leid, Schaf. Ich hab wieder Stein, ich geh da mal wieder bauen, ne? Was war deine genaue Wortwahl, als du gehört hast, dass ich ausgetimt bin? Meine genaue Wortwahl, die kann ich dir jetzt nicht mal mehr sagen. Okay. Ich glaub, ich kann mir sie ungefähr vorstellen. Ich hab's ja nicht mal gehört, als du ausgetimt bist. Ich hab nur gelesen, dass du auf einmal weg warst. Ich hab vorher mehrfach Lukas gefragt, nach dir gefragt, aber da bekam ich keine Antwort. Ach so, du hast die Teamspeaker-Häusche aus, ne? Ja, sicher. Damit mich Leute nicht die ganze Zeit nerven. Leute? Wer sind denn Leute? Sind hier immer viele im TS? Ja, normalerweise sind hier auf dem TS so durchschnittlich am Tag 8-10 Spieler. Also mehr wie bei unserem alten Clan jemals drauf waren. Was war unser alter Clan? Ja, mein alter Clan. Dein noch Clan. Ach so. Also wir sitzen hier wirklich durchschnittlich mit 8-10 Leuten eigentlich den Tag über. Hä, da waren noch mehr als 8-10 Leute drauf. Ja, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber jetzt überleg mal in der letzten Zeit. Ich hab ja von einigen, die noch mit den Leuten da sprechen und so weiter, hab ich gehört, dass da wohl meistens so zwei Leute maximal drauf sind. Der eine ist wohl immer in seinem Channel und, äh, nicht erreichbar. Und der andere, der soll da wohl auch nur rumeideln. Ach so, du meinst wahrscheinlich Homa und das, ja, die letzte Zeit kann sein. Du bist ja selber nicht auf dem TS, du kannst das nicht beurteilen. Im Moment, ja. Doch, in die letzten Tage wieder mehr. Aber ja. Ja, ich versteh das nicht. Als ich auch von Hydra zum Beispiel gehört hab, dass sich da eine gewisse Person sogar darüber aufregt, wenn Leute aus dem Clan mit einem von uns sprechen, äh, und dass es da richtig Beef wohl gibt, deswegen, da hab ich mich schon ein bisschen kaputt gelacht. Naja, ich hab, ich hab da von Anfang an gesagt, äh, ne? Also du weißt ja, was die so, ja, es gibt da ja einige Streitigkeiten zwischen euch und denen und, was ich da nicht zwischenstehe. Also wie gesagt, die wissen, die wissen ja, dass ich hier bin, äh, zum Aufnehmen und zum Labern und so weiter. Und ich mein, wenn da mit jemandem ein Problem hat, dann ist das so. Ich hab, ich hab keinen Stress mit irgendjemandem. Ich hab eigentlich mal meine Meinung irgendwann mal gesagt und, äh, wenn die daraus so einen Drama machen müssen, okay. Naja. Ich weiß nicht, irgendwas ist da zwischen euch auf jeden Fall gelaufen, das merkt man ja. Ja, was weißt du, du weißt ja auch, was da gelaufen ist, genau. Ich mein, du hast ja den, äh, die Geschichte mitgekriegt und auch, äh. Ja, ich find die Geschichte aber blöd. Ja, ich find das, ich find das mindestens genauso blöd, das kannst du mir glauben. Nur ich mein, was soll ich da jetzt machen, ne? Wenn er meint, sich da so anpissen zu müssen, ist das nicht mein Problem. Alter, was ist das denn? Boah, geil. Was denn? So ein Mini-Zombie. Ja, die hab ich auch schon gesetzt. Alter, der geht ja richtig ab. Wow, nice. Hab ich halt, um alt zu sein, auch das erste Mal gesehen. Ja, ich auch, das erste Mal eben. Ich hab ja auch schon seit der 1, äh, boah, seit wann haben wir nicht mehr gespielt? 1.4.9 oder so? Lukas? Ja, ähm, weiß ich gar nicht, was damals die Version war. Aber hat sich auf jeden Fall einiges getan, wenn ich gelesen hab. Ja. Und ihr seid euch echt sicher, man kann nicht das lesen, was in Steam unten rechts angezeigt wird? Das schon. Ja, höchst... Ne, eigentlich nicht. Also bei mir nie. Hoffe ich mal. Auch im Fenstermodus. Hab ich schon nicht vergessen, noch offline zu machen. Achso. Ich bin auch nicht offline, bei mir hört man, wenn überhaupt, mal einen Ping oder so, aber sehen tun und das nicht. Alter, bei mir geht im Moment viel ab, weil ich hab... Ich hab grad irgendwie alles an, was nur geht. Also Steam, Skype, Origin. Alter, da bist du selber schuld, wenn du das alles an hast. Ja. Und vor allem, Origin macht ja auch Geräusche, allein wenn Leute starten, das Spiel. Ähm, ja, ja, das ist voll eklig. Irgendein Spiel machen die an, dann kommt diese Einblendung und direkt ein Geräusch. Ja, der und der spielt das und das. Da denkst du ja auch, Alter. Ich find das schon nervig... Ich find das schon nervig genug bei Steam, dass die das da immer zeigen müssen. Aber wenn Origin das auch noch anzeigt, der ist, geht mir mal richtig auf. Du meinst, wenn Origin das auch noch Sound hinterlegt anzeigt? Genau. Das nervt ein bisschen. Okay, ich glaub, ich nenne diese Folge Monster Farming Park. Alter, du zerstörst hier gleich noch mein Hotel. Nein, jetzt ist mein Haus kaputt. Ja, er muss ja nachher drin wohnen. Ja, ne, ich hab ja mein Haus. So. Von mir aus können wir jetzt die Zwischendecke einbauen. Warte mal, du hast immer noch die Hölle angemacht, oder? Nein, hab ich nicht, hab ich vergessen. Ich hab ja auch direkt wieder angefangen hier. Ja. Aber das können wir jetzt gleich gerne mal machen. Ja, weil dann würde ich Quarz fahren. Alter, was machst du da? Egal, mach ich gleich wieder alles. Gut. Ich brauche Holz. Oder? Ne, ich nehm einfach das und ist gut. Ich hab grad kein Holz. In der Kiste nimmt doch Holz. Ne, ich mein das Helle, das Eichenholz. Ja, ist doch in der Kiste. Ne, das will ich nicht eigentlich, aber ist mir jetzt egal. Achso. Ich hab hier, ich hab ja noch Eichenholz ohne Ende von dir. Oder ne, Birkenbükenholz, aber ich brauch Eichenholz, sowas. Und ich bin heute zu blöd zum Bauen. Ich bin dafür, dass wir hier mal einfach ein paar Fackeln setzen, ey. Da setzt doch einfach mal welche. Ist dein Inventar voll? Meins? Ne, hier, Leon. Äh, ne, wieso? Weil du das ganze Zeug liegen lässt, von denen. Von was? Von den Monstern. Achso, ja, ich sammle nie die Gerne aus. Ich lass immer liegen. Achso. Soll ich jetzt rein sammeln? Ne, aber ich weiß nicht. Ich sammel die mal automatisch ein. Oh, guck mal, bei welchem Haus ich grad gelandet bin. Ich hab grad nicht, guck, äh. Ne, ich hab auch grad irgendwie... Ich nehm ja gar nicht auf. Ich bin bei Jannes Haus gelandet. Cool. Ja, ich bin jetzt hier mitten im Haus noch. Und ich sehe gerade, dass wir noch anderthalb Minuten Zeit haben. Ja. Und dann endlich Hölle. Ja, und dann mach ich die Hölle an. Dann ist die Hölle für dich, Lukas. Ja. Boah, dann wird erstmal richtig Level gefarmt. Erstmal 20 Mal gestorben wird dann. Alter Scheiße, ich hab grad einen Creeper hochgehen lassen. Also wird dann die nächste Folge so eine Art Adventure? Na, für mich. Ich weiß nicht, ob ihr mitkommen wollt. Wir müssen jetzt hier erstmal noch weiterbauen, würde ich sagen. Achso, okay. Oh, nein. Schnell. Binder, man. Wart mich nichts Schlimmes in der Hölle sein. Was, wenn's hier jetzt schon so schlimm ist. Alter, ich sterbe fast durch diese ganzen Skelette. Die schießen mich hin und her. Ich kann gar nicht angreifen. Ja, bitte. Ja, guck mal, ähm. Leon, du könntest mir jetzt theoretisch helfen, den Boden zu legen hier. Ja. Ich wollte eigentlich Bäume fölengehen, aber... Brauchst du nicht. Wir haben genug Holz. Wir haben genug Holz. Du musst einfach nur noch kommen und mir helfen hier. Vielleicht dann die Erdlöcher später zu machen? Ja, die kannst du später zu machen. Warte mal, ich mach mal was hier, was ich hab. Ja, ich komm. In einer Nacht ist schon fast mein Eil zum Schwert kaputt gegangen. Ist halt Hardcore hier. Ja, ohne Scheiß. Für Level 10. Da, bau dir die Treppe zu Ende. Und da ist schon wieder Ende. Toll. Schon wieder 15. Da, 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 da. Na gut. Damit würde ich sagen, beändern wir diese Folge. Ich schalte mal eben die Hölle ein und dann... Dann geht's richtig drauf. Ich hoffe erstmal, dass das funktioniert und dann machen wir weiter hier. Ich denke mal, dann wird's auch ein bisschen spannender gleich. Oder, Lukas? Kommt drauf an, wie laut du mich gestellt hast. Oh, ganz laut. Ich stell dich extra gleich nochmal lauter. Ich geb dir den Boost auf 25. Ja, normal. Na gut. Ich sag bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020